So, holen wir uns mal ein paar Eisenrüstungen hier raus. Dann lockt ihr mal auf unserer Basis, damit ich hier irgendwie darüber rennen kann. Meine schöne Diamantenspitzacke. Meine schöne Diamantenspitzacke. Ich hab jetzt kein Schwert, kein gar nichts. Und 18 Level sind weg. Ich freu mich. Yes, Blaze ist tot, Blaze ist tot. Wo bist du? Ich komm mich da hinten gelaufen. Nein! Fuck! Fuck! Wo bist du? Wo bist du? Mist. Ach, scheiße. Ich komm mich auch nicht vorhin. Mist. Ich hätte weglaufen. Fuck. Ah, der hat jetzt die ganze Wolle aufgehoben. Ist doof. Scheiße. Ja, vor allem hat... Ja, nur weil der eine ist halt gestorben und das bringt uns trotzdem nichts. Nein, das bringt uns gar nichts. Ach, ja. Ja. Verdammte Scheiße. So, Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, rote Wolle. Ähm... Na ja, Eisensachen dürfen wir nehmen, ne? Ja. Gut. Die Erschwerte haben wir noch da? Ja, haben wir noch. Ja, jetzt bräuchten wir nur noch einen Bogen und Pfeile und dann sind wir wieder ausgerüstet. Eigentlich. Und dann killen wir die halt wieder. Dann können wir weiter killen lassen, genau. Oh, ich seh Catcaro. Aber die darf mich nicht aufangreifen, hoffe ich. Weiß die das auch? Egal. Also... Die ist verstecken geblieben. Ähm... Wo ist denn unser... Oh, wir haben keine... Wir haben auch Pfeilzacken mehr, ne? Oh... Oh... Ja, alles... Alles für'n Arsch jetzt. Ich würd echt mal interessieren, was die für Enchantments haben. Gute. Ja. Der Blazer glaub ich auch irgendwas mit Knockback. Naja, irgendwie sowas hat mich auch gekriegt, genau. Ja, das war jetzt sehr doof, ne? Ja, aber... Catcaro Slay bei wenig Kraft. Ja, dann sind die gleich draußen, oder? Kann nicht mehr lange gut gehen mit denen. Mhm. Bist du bei uns in der Base? Ich bin ganz unten. Also ich geh grad nach unten. Waaah! Aua, das war ein tiefer Sprung. Aua. Wo kommst du denn her, du scheiß Zombie? Ich muss jetzt ein bisschen in den Farm gehen hier unten. Nein, hier ist ja meine Farm, genau. Ich brauch ja ein paar Level und alles. Und ähm... Pfeile und Bogen brauchen. Und... Aua, scheiß Skelett. Geht auch weg. Hier ist noch ein... Ein brauner und... 23 rote. Äh... Ein... Ein... Ein rote und 23 rote. Das hab ich mir gerade schon gemacht. Was? Ja, ja. Okay. Ich werd jetzt mal den roten nehmen und das gleich machen wie eben. Alles klar. So lass ich dich wieder da oben erwischen, ne? Jo. Dürfen wir uns direkt nochmal angreifen? Ja. Okay. Haben jetzt hier woher kommst du. Aber meine Farm hier ist auch noch existent. Ist noch nicht alles gewachsen. Toll. Jo. Jo. Ich glaub hier unten war sonst noch keiner. Jo. Also wenn du hier runterkommen willst, ne? Ich bin... Ich bin gern gesehener Gast. Jo. Jo. Level 1 hab ich schon mal wieder. Aber wenn du hier runterkommst, bring dir die Enchanting Table mit. Jo. Ich weiß nicht, ob du den Weg hier runter findest, aber du bist schon irgendwie. So, das haben wir. Ja. Hier war jetzt kein Letter. Der war ja nicht, ey. Hat ja echt ein Flammenschwert gehabt. Ich dachte der würde mich anzünden mit nem Feuerzeug. Aber das war dann wohl eher ein Flammenschwert, ne? Das war ein Flammenschwert, ne? Ja. Alltså. Da brauchst du nicht für sogar Bücher? Ne, es geht auch mit Level 1. Aber da brauchen wir halt zum Glück. glück ich hab den chat voll weit unten machen wir mal so ach scheiße ich hab keine kohle mit runtergenommen naja wird sich schon jemand empfinden also willst du auch hier unten kommen oder was? ja ich will auch nach unten ein paar mobs farmen ist da ein spawner? das wäre schön ne? aber hier sind genug schluchten hier irgendwas willst du schon finden aber ich habe auch keine fackeln mehr nix verdammt haben wir oben noch kohle gehabt? weiß ich gar nicht ich guck gleich mal ich guck ob ich unten ins kohle finde mein schöner lava einmal ist egal ich könnte kotzen eisen interessant jetzt sind wir nicht mehr ganz gut da ne? Mist das stimmt naja alles kommt zeit kommt rat oder so ähnlich war das doch ne? keine ahnung mhm wir hätten vielleicht nicht ja warum hatten die so geil den chat mensch? das ist doch scheiße so drei strings kohle endlich vor allem Kohleabbau gibt ja auch Level ne? das ist wichtig ja das stimmt ja Level 3 hab ich schon wieder ich mach mir auch ne Spitzsacke ach das Eisen haben wir ja noch genug jo hier hab ich auch schon neues gefunden ich brate auch hier unten ein neues Eisen also aber die Regel dass man sich dann die Eisen Dinger, Eisendrüstung wieder nehmen darfst du auf jeden Fall gut ja ja das macht schon Sinn auch ich hoffe euch geh jetzt hier richtig ich bin irgendwo unten hier wäre auf jeden Fall ne Schlucht dafür du zählen bist und mein Lager noch nicht gefunden hast dann solltest du anders suchen oh ich geh jetzt ein paar Mops mach das ich grab mich einfach hier unten ein bisschen durch ne? oh jetzt hat der meine XP zerstört ganz asozial ganz asozial so brauche ich mir auch mal Kohle ab ich hab mir keine Fackeln gemacht ich steppe wieder zurücklaufen so dann haben wir das hier ich bin eigentlich schon unten du bist noch nicht bei mir ne? fuck ich hab Smite bekommen ne ich bin noch nicht bei dir Smite ist natürlich übel ja aber wir haben ja noch mehr Dierschütter ne? äh zwei Stücke oben nur oder? ja eins hab ich genommen eins hast du jetzt auf der Suche nach Diamanten bin ich ja jetzt hier unten auf der Suche nach Diamants auf der Suche nach Diamants da 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 wenn wir mehr Kohle hätten könnten wir uns hier Level ähm dadurch kriegen dass wir Steine in den Ofen packen jetzt bauen wir uns wohl oben doch eine Basis ne? jetzt sind wir schön hier unten am Sohn ja chill mir erstmal ein bisschen ich hätte mir jetzt mal eine bessere Spitzhacke machen ich hab ne Eisespitzhacke das muss reichen ja so ne efficiency Spitzhacke dann geht das schneller mit der Kohle was für ne Spitzhacke efficiency dass sie halt schnell da abhaut achso ja gut du hast eine Entscheidung hier verlieren wir den ja nicht das war schwer genug zu kriegen mit dem Leder ja das stimmt sollte ich mir mal ne Schüppel machen hier durch die ganze Erde wo ich mich mal durchgraben muss achja meine lieben Abonnenten jetzt ist es nicht mehr ganz so spannend jetzt heißt es immer wieder ein bisschen äh klar jetzt wird es erstmal spannend wenn wir uns wieder hochkämpfen müssen ok das stimmt auch wieder und übrigens sind hier auch so ein paar andere Leute noch die ganze Zeit joinen und leften ja weil das diesmal äh so ne Art Public Server ist wo eben die Map drauf ist so ne Art Public Server ist wo so viele Creeper Protection So ich geh mal wieder nach oben da müssen wir noch Cobblestone haben oder? ja ich hab nur noch Cobblestone was brauchste achso ja dass wir ein paar Öfen machen und dann die Sachen schmelzen so ein bisschen da unten bei mir oder das? äh ne bekommt man durch Cobblestone und Schmelzen xp's ja ja das geht das ist auf jeden fall gut ja aber dann brauche ich den hinten auf bei meinem Lager wenn du das nochmal findest ziops und dann dann ziops zum kratzen das andere zum kratzen wir und dann den anderen. Das war jetzt mein Fehler. Ich hätte noch mal weglaufen können oder versuchen können, dann hätte ich vielleicht noch überlebt. Ich habe jetzt 8 Öfen hier auch hingebaut aber ich habe keine Kohle ich platziere jetzt 8 Öfen hier irgendwo mal gucken wo ich hier hin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8. Das wäre jetzt unsere unterirdische Basis. Schließendlich bauen wir doch eine Basis, siehste? Ah, da ist meine Spieltacke. Aber ich habe keine Kohle halt wie gesagt, ne? Ja, ich habe ganz viel. Ich hole gar nicht was. Kannst du mir mal deine Koordinaten geben? Sonst finde ich dich nicht. Ähm... Warte, die Basis? Ja, ich habe deinen Gang gefunden, glaube ich. Welchen Gang? Irgendeinen Gang. Wo bist du? Ja, hier ist halt so ein Gang und da bin ich gerade reingestolpert. Also das Lager ist bei 61, 432. Ja, da komme ich gleich hin. Von, von wo kommst du denn? Warte, 61, 432. Ja. Muss ich ja eigentlich nach hier. Bist du schon nah dran? Weil ich sehe deinen Namen nirgendswo. Äh, nö. Nicht wirklich. Also, geht. So, ein paar Blöcke. Anmauerblock, Anmauerblock, Anmauerblock. Ich grab mich einfach durch. Kann ich auch nochmal ein paar Diamanten suchen. Mach das. Oh, Diamant. Ne, echt? Geil. Voll geil. Ich habe, ähm, ich wollte wieder weggehen. Habe ich mal gesehen, da ist Redstone, da konnte ich ja XP's farmen und dann habe ich das Redstone weggeschlagen, auf der Mobile Land Yards drunter. Das war nice. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist, in welcher Richtung du bist. So wie acht Stück. Ach, egal. Ich weiß, acht Stück. Diamanten. Diamanten. Nice. Ich mache mir mal ein bisschen Stein, ne, da oben. Schau mal, ich brauche noch ein bisschen XP. Was sagst du, 432? Was, äh, ja, 432 zu 60 oder sowas in der Nähe da irgendwo. Ziemlich offen eigentlich, da kommt es von jeder Seite eigentlich gut hin. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber da habe ich halt, äh, irgendwann mal mich runtergegraben, ne? Hm. Also nicht runtergegraben, ich bin eigentlich den natürlichen Gang gefolgt. Oh, ich hoffe mal, die Spitzhacke reicht. Eine Eisenspitzhacke reicht doch so 500 irgendwas Schläger, oder? Nö, ich habe keine Ahnung, so. Na, ich glaube schon ungefähr so. Das war dumm. Ich habe wieder vor, dass ich gewandt ein Glück. Nicht. Ich habe wieder vor, dass ich gewandt ein Glück.